Herzlich willkommen zu diesem Teil der PowerXL Duo Nutri-Sealer Anwender-Videoserie. In diesem Video erfahren Sie, wie man die Vakuumbeutel mit Ventil mit dem PowerXL Duo Nutri-Sealer Vakuum versiegeln kann. Es gibt sie in zwei verschiedenen Grössen. Um sie zu verenden, müssen Sie zuerst das Vakuumschlauchzubehör zusammenbauen. Fügen Sie den Vakuumschlauch in die Sauglocke ein, setzen Sie diese dann zuerst in den Dichtring und danach drücken Sie die Kappe auf. Schließen Sie das andere Ende des Schlauchs an den Vakuumanschluss im Inneren des Gerätes an. Geben Sie die Lebensmittel in den Beutel. Beachten Sie dabei die maximale Füllhöhenlinie mit der Aufschrift Do not fill above this line, nicht über diese Linie hinaus befüllen. Verschließen Sie den Beutel mit Ihren Hemden und legen Sie ihn flach auf eine stabile Oberfläche. Bringen Sie die Sauglocke fest am Luftventil an und drücken Sie nun die Vacuum-Only-Taste, um die Luft aus dem Beutel zu saugen. Die Kontrollleuchte erlischt, sobald der Vorgang abgeschlossen ist. Sollten Sie bei der Anwendung Schwierigkeiten oder Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte telefonisch unter 0800 376 3606 oder senden Sie eine E-Mail an kundendienst at mediashop.tv. Falls Sie das Produkt noch nicht erworben haben, finden Sie unterhalb des Videos den Link, der direkt zu Power XL Duo Nutri-Sealer führt. Und nun wünschen wir Ihnen viel Erfolg mit Power XL Duo Nutri-Sealer und hoffen, unser Anwendervideo war Ihnen eine Hilfe. Ihr Mediashop-Team